und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen mit vorhin des gepflegten klemmbausteinbaus 1999 es sind in diesem jahr die ersten lego star wars sets zusammen mit dem prequel erschienen und das ist natürlich der anfang einer riesigen reihe einer riesigen lizenz einer sehr erfolgreichen lizenz und wohl auch heute noch eine der bekanntesten lego lizenzen und ich hätte sehr sehr gerne aus der allerersten lego star wars welle für euch ein set mitgebracht das hat sich leider noch nicht ergeben aber dieses set was ich hier liegen habe in steinen natürlich gebraucht gekauft kommt auch aus dem jahre 1999 und ist in der zweiten welle mit auf den markt gekommen und wenn ihr es an den steinen noch nicht erraten habt dann seht ihr es jetzt bei der anleitung es handelt sich um die lego 7111 aus der system star wars reihe der druid fighter dieses set bekommt man für 15 bis 20 euro momentan gebraucht was natürlich für so ein altes set wirklich in ordnung ist die uvp damals waren 10 euro und da hat das set natürlich trotzdem an wert irgendwo zugelegt wenn es damals neu 10 euro gekostet hat und jetzt 15 bis 20 gebraucht aber im vergleich zu anderen lego star wars sets ist das eine wirklich winzige preissteigerung in diesen vielen jahren das liegt denke ich in diesem set vor allen dingen daran dass hier keine figuren dabei sind und das ist natürlich schon damals bei lego und auch heute ein riesiger kaufgrund oder eben auch nicht kaufgrund gewesen wie viele figuren wir haben und wie viele figuren wir eben nicht haben und gerade diese hohen sammlerpreise für diese alten figuren hätten dieses set natürlich auch in die höhe schießen lassen in diesem fall weil keine figuren dabei sind ist das nicht passiert und so können wir uns dieses alte set hier einfach gemeinsam anschauen ich meine dieses set ist älter als einige von euch da bin ich mir sicher denn dieses set ist auch älter als ich als dieses set erschienen ist da war ich noch nicht mal in planung und umso cooler ist es natürlich jetzt diese steine in der hand zu haben und zu bauen in so einer großen reihe wie lego star wars man sieht natürlich auf den ersten blick schon bei der anleitung lego star wars hat sich in den jahren sehr gewandelt und wenn man dann die teile sieht bestätigt sich dieser eindruck natürlich noch sehr und das ganze ist nicht mit heutigen sets zu vergleichen trotzdem ist es denke ich mal sehr sehr interessant dass wir uns dieses set zusammen anschauen die anleitung ist klammer gebunden aus einem dünneren papier als ich das heute gewohnt bin wir haben auch bei den bauschritten oben noch keine box wo die teile gezeigt werden welche man raussuchen muss wir haben im untergrund so ein sternenhimmel design was eben an das weltall erinnern soll und auch schon damals wurde nichts ausgegraut was gebaut wird sondern alles wurde weiterhin in vollfarbe dargestellt ein paar neue teile werden mit pfeilen gekennzeichnet teilweise werden diese aber auch gar nicht gekennzeichnet in der anleitung man sieht die schwierigkeit hat im vergleich schon zugenommen das sieht man sogar bei solchen kleinen sets insgesamt haben wir 18 bauschritte auf 11 seiten verteilt und auf der rückseite sehen wir noch mal wie man dieses set auch umbauen kann und natürlich das erscheinungsjahr wie gesagt ich finde das weltklasse 1999 die star wars lizenz war auch bei lucasfilm disney hatte die rechte daran noch lange nicht es waren einfach ganz andere zeiten ich freue mich auf jeden fall schon riesig auf diesen kurzen bau und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns gleich ich denke mal mit dem fertigen set wieder außer es gibt ganz wichtige sachen zwischendrin zu zeigen und nach einem circa 10 minütigen bau ist der druid fighter auch schon fertig es haben sich natürlich bei lego super super viele sachen in der zeit geändert wir haben das schon in der anleitung gesehen die meiner meinung nach noch etwas schwerer gestaltet ist die natürlich auch von der grundgestaltung und der optik ganz anders ist als heutige anleitungen wir sehen das jetzt weil hier sehr sehr viele noppen zu sehen sind und eben kaum fliesen verbaut wurden wir sehen das auch weil wir hier aus wenigen steinen die aber jeweils größere sind ein für die steine anzahl relativ großes set bauen konnten wir sehen es daran dass hier andere farben verwendet wurden denn dieses set ist natürlich vor der farbumstellung hier gab es zum beispiel noch kein dark bluish gray sondern es ist das alte dunkle grau und etwas das einige überraschen wird zu dieser zeit hat lego die absolute hochtechnologie drucke schon verwendet denn dieses set ist voll bedruckt ich wiederhole es nochmal voll bedruckt 1999 das fängt an bei den flügeln wo wir jeweils vier sehr schöne drucke haben wir haben einen druck hier beim kopf des druiden und was mich am meisten überrascht hat lego das heute so geizig ist mit drucken hat hier einen druck verbaut den man in der finalen form nicht mal mehr sieht denn wir haben in dem kopf des druiden innen drin auch noch so eine art schalttafel oder schaltkreise die auch bedruckt sind auf einer einmal zweier fließe die dort verbaut ist und nochmal wir reden hier über ein set aus dem jahre 1999 natürlich kann dieses set trotzdem optisch nicht mit heutigen sets mithalten also auch als jemand dem das star wars universum nicht komplett fremd ist musste ich schon zwei dreimal überlegen was hier mit gemeint sein könnte ich meine klar wenn man an druid fighter liest weiß man was es ist aber ich würde es jetzt am fertigen modell nicht hundertprozentig raus sehen also es könnte auch irgendein chinoa klon sein der ein star wars gunship hier gebaut hat und das ohne lizenz verkauft und ohne wirkliches vorbild aus dem star wars universum aber trotzdem finde ich es auf seine art durchaus gelungen wie gesagt gerade wenn man die zeit noch im hintergrund sieht und was ich cool finde wir haben ja einmal die möglichkeit das ganze noch umzubauen wäre heute bei dem lizenz thema undenkbar und dieser druide hat ja natürlich seine form in der er fliegt und kämpft aber auch eine form in der im hangar steht und gelagert wird und diese form können wir mit dem druiden auch aufbauen denn die flügel sind beweglich stufig einstellbar und so können wir den kollegen auch aufstellen und das steht wirklich sicher also der fällt nicht sofort um finde ich sehr cool dass sie auch diese zweite form hier eingebaut haben denn gerade die szenen als er dann in irgendeinem hangar auf seinen flügeln gelaufen ist da fand ich den immer am bedrohlichsten und so wird er wahrscheinlich auch bei mir im regal landen und wenn man es bespielen möchte kann man die flügel einfach umklappen und damit durch die gegend sausen und dann ist das ganze auch durchaus stabil klar die steine sind alt die haben schon ein wenig an klemmkraft gelassen aber hier passiert nicht sofort etwas hier fällt nicht sofort etwas ab apropos steine also die steine haben etwas an klemmkraft verloren wie gesagt vom aussehen sind sie immer noch sehr gut und von der klemmkraft sind sie leicht unter heutigem lego lassen sich auch etwas störrischer verbauen was komplett normal ist aber sie halten trotzdem gut als so mancher kompletter billig china hersteller der unter anderem eben auf temu aliexpress und anderen seiten die dinger dann ohne markenlogo verkauft dem ganzen habe ich ja auch schon ein video gewidmet auf der seite temu also ich hatte echt spaß mit diesem riesen trip in die vergangenheit und das war mir die 20 euro auf jeden fall wert auch wenn es das set vielleicht jetzt wenn es so dasteht das natürlich nicht ist wenn man es aber durch eine nostalgische brille betrachtet dann hat man damit richtig spaß und dann ist es auch dieses geld wert und es im vergleich zu anderen alten lego star wars sets aus der zeit auf jeden fall ein richtiges schnäppchen noch weil hier wie gesagt keine figuren dabei sind und es so an sich wahrscheinlich auch nicht das beliebteste set gewesen ist und das beliebteste vorbild was hier umgesetzt wurde wer also so einen trip in die vergangenheit mal erleben möchte für den gibt es für dieses set auf jeden fall eine kaufempfehlung ich habe den kauf überhaupt nicht bereut und ich bin mir sicher ihr würdet den kauf auch nicht bereuen wenn ihr diese alten sets schätzt und vielleicht auch einfach mal selber erleben wollt was sich in dieser langen zeit zwischen diesem set und heutigen star wars sets so getan hat es waren überraschungen dabei wie die vielen bedruckten teile für damals 9,99€ und solche erfahrungen sind eben manchmal mehr wert als der eigentliche wert des sets wenn es vor einem steht wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt oder ein ähnlich als das lego star wars set schreibt gerne eure meinung dazu in die kommentare es würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick wird hier die hier ich hier hier ich hier 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 Bis zum nächsten Mal.